Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategen hier zurück zu Stellaris. Sie wollen also Krieg. Sie sollen ihn bekommen. Bin ich mal gespannt ob sie ihn am Ende ertragen können. Das ist zumindest jetzt der Gedanke der mich hier gerade eben treibt. Ich will es ihnen so schwer wie möglich machen. Warte mal, wieder ein Gesandtes gestorben. Ja gut, solange es nur die Gesandten sind ist es mir egal. Äh, was ist mit dem Typen jetzt hier? Will ich hier die Mineralien noch nutzen? Ja, ich nutze jedes bisschen an Mineralien. Was ich noch bekommen kann. So. Und baue dann hier noch meine Flotte aus, so schnell ich kann. Wobei schnell relativ momentan ist, ne. So, da, da. Mir fehlt jetzt nach wie vor die Kohle. Ich kann jetzt hier mal, ne 5000 will ich nicht verkaufen. Aber ich verkaufe zweieinhalb tausend. Pause. Äh, ich verkaufe hier nochmal tausend. Um dann hier nochmal zweieinhalb tausend zu kaufen. So, wie viel sind wir jetzt hier im Minus? Es geht noch. Braid jetzt das da ab und sage, ich hätte ganz, ganz gerne das hier ab. Jetzt für mich mal so ein paar. Ach, das geht noch gar nicht. Die sind noch nicht so weit. Ah, die müssen das erst abbraden hier. Den planetaren Außenposten, vorher geht das nicht. Ich wollte mich sehen, auch flüchtige Gase jetzt aufbrummen. Oh, und das mache ich hier schon. Minus 0,06. So weit ist es also schon. Äh, ich mache jetzt mal die Recycling-Kampagne an, damit ich hier nochmal ein bisschen mehr ansammle. Dann sammeln wir auf jeden Fall auch noch hier diese ganzen Boni an, zum Kämpfen. Warte mal. Fanatisch, spiritualistisch, minus 10%. Reichsausbreitung. Nein, nee, hä? Flottenkapazität. Lehren der Meisterin. Ja, das sind so Dinge, die kann ich momentan nicht machen. Meerschiffe, bitte. Wir sind bereits in den Schlachtschiffen dran. Ich bin beeindruckt. Machen noch mehr Nahrung. Äh, will ich jetzt Gen-Soldaten machen? Nee, ich will das hier machen. Alles, was mit dem Krieg zu tun hat. Ah, jemand erklärt uns die Rivalität. Ah, wir haben anscheinend einige der Kreuze übersprungen. Stattdessen schon Schlachtschiffe reingenommen. Wie mir scheint hier momentan. Kann das sein, dass ich jetzt hier auf einmal plötzlich Minus mache? Der Preis muss gesunken sein hier auf dem Markt. Das ist das, was hier wohl passiert ist. Also wie es aussieht, werden jetzt hier auch schon größere Mengen an Konsumgütern vertickt. Und man bekommt anscheinend fast kein Geld mehr für Nahrung. Wirkt fast so, als ob mich hier jemand aktiv hier sabotieren möchte. So, wir haben jetzt schon wieder zu wenig Wohnraum. Das ändern wir. Wir haben ja auch zu wenig Wohnraum. Was ein ärgerliches Problem darstellt. Aber ich mache das jetzt einfach so. Ich siedle jetzt hier einfach die Arbeitslosen auf andere Planeten um. Wo noch Arbeitsplätze sind. Wobei es gibt gar keine Arbeitslosen auf dem Planeten, wie ich gerade sehe. Das ist exakt ausgeglichen gerade eben. Aber die Stabilität ist immer noch hoch genug. Also von daher passt das für mich. Wieder ein Arbeitsloser. Komm, noch mehr Nahrung. Mache schon minus 23 hier. Holy Crap. Und das ist man trotzdem wieder voll mit dem Kram. So, kaufen. Ich werde jetzt tatsächlich noch eins davon pro Turn verkaufen. Also pro Monat. Ich mache von den seltenen Kristallen einige plus. Da werde ich auch welche verkaufen. Zwei Stück pro Monat. Das darf doch nicht wahr sein. Wie sie alle wegsterben. Äh. Ist egal. Also so wie es aussieht, werden gerade eben hauptsächlich erst mal die Schlachtschiffe gebaut. Warum mache ich immer noch minus? Ich verkaufe so viel. Es scheint dem Spiel völlig egal zu sein. Was ich hier gerade eben alles verticke. Kann natürlich auch in den Einkaufspreisen liegen. Aber ich gucke mal gerade eben, kaufe ich eigentlich? Ja, ich kaufe. Ich tue mal hier zwei weniger kaufen. Das kann den Preis hier auch nochmal senken. Okay. Gehen Soldaten? Ich mache jetzt mal das da. Mehr diplomatische Bedeutung. Oder hat jemand das Kolossprojekt fertig? Alles klar. Das ist eindrucksvoll. Aber ich arbeite jetzt erstmal hier nochmal an meinen eigenen kolossalen Plänen. Denn ich hoffe, dass sie am Ende noch kolossal werden. Äh. Ich möchte die Schilde jetzt erstmal nochmal verbessern. Schlachtschiffe bekommen Rumpfstärke. Oh, da kommt die Giga-Kanone Level 2. So, sind wir schon bei 58k. Wir werden gerade noch zwei Schlachtschiffe gebaut. Und wieder mache ich Minus. Das ist Shepard. Ei, 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 ei. Okay. Mehr Bürojobs. Das heißt, dass es so schnell keine Arbeitslose mehr geben sollte. Mit Betonung auf sollte. Tut's aber doch. Hm. Ich bin hin und her gerissen, was ich gerade tun soll. Ich nehme das da jetzt gerade eben. Auch wenn ich ja immer noch weniger flüchtige Teilchen gerade mache. Jetzt haben wir hier schon einen Arbeitslosen. Den tue ich jetzt umlagern. Hier hin. Und das nächste Schiff, bitte. So, wir haben jetzt zwei Schiffe. Wir sind jetzt im Jahre 70. Sie haben uns noch nicht angegriffen. Obwohl sie es schon hätten tun können. Ich sichere mich immer noch ab. Wie groß ist diese Flotte hier? 13k. Das ist lächerlich. Im Vergleich zu dem, was wir haben. Ich glaube, sie wissen das auch, was wir haben. Ich verbessere das hier gerade eben nochmal. Na, also. Strafkolonie. Ne, ich nehme jetzt mal die Gensoldaten. Wie sieht es eigentlich aus hier mit unseren Fraktionen? Das ist halt echt der Hardcore, ne? Wir bekommen trotzdem keine Ethikänderung hin. Es ist fast unmöglich, ne? Also wie lange ich das schon mache, Leute? Bedenkt das mal. Wie lange ich das schon mache? Ohne dass es einen Effekt zeitigt. Keine Güte. Der hat eigentlich mal hier jetzt angeankert hier an der Station. Was war denn das gerade? Seltsames Feuerwerk. So. Verkaufe jetzt zwei davon. Reduziere den Kauf hier auf eins. Was ist das? Ein Wirtschaftspakt. Hmm. Ich stimme zu. Jetzt baut mir mal noch bessere Schiffe. Es ist interessant. Ne, einen Forschungspakt will ich nicht mit euch. Habt ihr eine Allianz? Sollt er sich mit mir anfreunden? Boah, ne. Sorry, aber das mache ich nicht. Ich werde mich an euch rächen. Das wird passieren, Freunde. Ziemlich genau das wird passieren. So, jetzt gucke ich nochmal in den Schiffsdesign rein. So, bei dem Titan hier ist eigentlich alles gemacht. So, das ist der Feuerraten plus Titan. Dann, wisst ihr was? Ich ändere einfach nur das da. Das ist also der tägliche Regeneration Hülle. Ich will, dass die Feuerrate des Gegners reduziert wird. Dann ist das hier der Feuerraten minus Titan. Die sind ansonsten exakt gleich. Feuerrate plus, Feuerrate minus. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten. Um überhaupt erstmal einen Kampf zu gewinnen. So, und den packe ich nämlich jetzt hier schon mal. Also da kommt in diese Flotte der Feuerraten plus Titan. Und in diese Flotte der Feuerraten minus Titan. Okay. Jetzt mache ich auch endlich wieder plus. Ich nutze das ihre eigene Handelsmacht aus, um mich an ihn zu rächen. Warte mal Sekunde. Schon wieder? Ich habe dieses... Ich mache mit dem ja auf gut Stimmung und so weiter und so fort. Das ist halt der Grund. Jetzt mache ich hier das Chemie-Teil da rein. Dann kann ich das hier nämlich um eins reduzieren nochmal. Ja, das geht alles noch. Bin ja auch gleich schon wieder voll, ey. Aha, aha, aha. Was passiert, wenn ich nicht... Du kriegst halt echt eine ganze Menge dafür, nur, dass du das hier halt ansammelst, ne? So, jetzt kommt der Aufstiegs-Vorteil nochmal, oder? Mal Industrie-Subventionen. Hm. Schmiede-Subventionen. Produktionsministerium. Muss es doch wieder erstmal machen. So, jetzt ist die Gigakanone Stufe 2 durch. Wir machen jetzt hier die Wirbelwind-Raketen. Und... Ich verbessere jetzt hier nochmal die Schlachtschiffe. Keine Ahnung, was da gerade eben so hart ruckelt. Dann kreuzern bleibe ich hier so. Hier bin ich auch noch bei denselben Waffensystemen, genauso wie hier. Passt für mich. Lasst euch upgraden, Schlachtschiffe. Könnt ihr mich dann auf über 60 bringen, wenn ich Glück habe. Pro Flotte wohlgemerkt. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, ja, ich bin schon längst über 60. 61. Ich würde nochmal ein Kreuzer gebaut. Ich verticke nochmal 2.500 davon. Man hat ja leider nicht so viel von all dem Zeug. Nochmal 500 davon. Und nochmal... Da hat jemand eine Zweigstelle bei mir gegründet. Wie frech. Hm, das kann ich anfangen, Zroh abzubauen. Warum auch immer ich Zroh brauchen sollte. Aber ich nehme es mit, wenn ich es haben kann. So. Flotte 2 ist gleich vollständig. Ich bin ernsthaft am überlegen, eine Flotte 3 aufzustellen. Einfach um ihnen zu zeigen, was garantiert keine Weltraumvampire können. Aber jetzt warten wir mal ganz, ganz kurz, bis wir das alles soweit haben. Wir müssen ihnen ja auch ein bisschen Zeit geben. Moment, hier ist gleich Wohnraum knapp. Da komme ich der ganzen Sache schon mal zuvor. Hier fehlen schon 3 Wohnräume. Aber 8 Jobs frei. Ich ersetze das jetzt hier in diese Richtung. Wir sind keine Jobs mehr frei. Und hier sind auch keine Jobs mehr frei. Können wir alles später noch ändern. So, eins noch. Beziehungsweise 2. Dann ist die zweite Flotte auch vollständig. Wenn ich jetzt ein richtiges Herzchen wäre, würde ich mir jetzt hier einen Krieg holen. Also den hier auf die Finger hauen, mir ihre Tech klauen. Und dann sagen, Alebatch. Aber das mache ich momentan noch nicht. Das ist mir gerade zu billig. Gut. Theoretisch kann ich jetzt also Zro abbauen. Brauche ich halt nicht. Da braucht man vier Monate der Käse. Habe ich eigentlich noch irgendwelche Sachen, die ich hier machen muss? Jawohl. Ein unerwarteter Gast. Das hätte ich schon seit Ewigkeiten machen können. Habe ich einfach mal ignoriert. Habe ich einfach mal ignoriert. Boah, wie viel muss ich denn hier noch verkaufen? Eher Nahrung. Dass das jetzt hier mal mit rechten Dingen zugeht. Mit meiner Energie. Ja, ja. Der rätselhafte Cash. Yay. Wir wissen jetzt, was der rätselhafte Cash ist. Und jetzt möchte ich die Titania haben. Sag mal, willst du mich verarschen? Warum, warum, warum gebt ihr mir so einen lethargischen Vollhonk? Wisst ihr, da kann ich gleich wieder einen neuen nehmen. Oh, das ist ein praktischer Typ. Gleich mal ausgetauscht. Galaktische Börse. Was kostet denn so ein Titan? 2800. Ja, das muss man jetzt erstmal kurz ansparen. Dann kann ich aber auch gleich schon mal jetzt hier die Rumpfstärke der Titan nochmal ein bisschen verbessern. Ich bezweifle, dass die KI sich darüber im Klaren ist, in was für ein Hornüssennest sie gestochen hat. Beteiligungsanlagen noch rein. Störfeldgenerator. Und Das da. Obwohl ich ja nicht gerade eben sparen soll. Ach, wisst ihr was, das ist gar nicht so wichtig. Scheiß drauf. Das ist gar nicht so wichtig. Wir sparen jetzt lieber ganz, ganz kurz. Zack. Gebt mir meinen ersten freaking Titan. Die brauchen halt auch noch eine Weile. Aber dank der unglaublich hohen Geschwindigkeit, die wir hier gerade eben Legionen machen, müsste das eigentlich funzen. Mehr Trefferpunkte für Schilde. Mehr Energy Credits aus Jobs. Das dauert es halt eine ganze Weile, bis das durch ist. Hm. Wie gierig will ich sein. Sehr gierig. So, und jetzt habe ich immer noch 100 Kampfkraft übrig für meine Flotte. Wisst ihr, es wäre schade, wenn die nur rumliegt. Es wäre sehr schade, wenn die einfach nur rumliegt. So, der Singer stelle ich eine weitere Flotte. Ach komm. Äh, nein. Das war nicht der Plan. Zup. Zup. Ich muss wissen, welchen Knopf ich drücken muss. Das ist der springende Punkt. Zerstörer. Beutzer. Schlachtschiff. Ich weiß, das übersteigt unsere Möglichkeiten. Ist mir aber egal. Diese Möglichkeiten bauen wir schlicht und ergreifend aus. Hier fehlt mir jetzt Wohnraum. Der ist schnell geschaffen. Hm. Das ist jetzt. Gebäude und Distrikte haben weniger Baukosten. Und erhöhte Baugeschwindigkeit. Ja, das nehmen wir gerne mit. Befehlslimit Flotte. Das ist interessant. Aber ich will es gerade noch nicht. Das ist gegen später mal nochmal ein bisschen interessant. So, wie weit sind wir mit unseren Titanen? Ich baue zwei Titane gleichzeitig. Oh Gott, der Versager, ey. Äh, Erfahrungszuwachs. Ich sag's ganz einfach. Sie sollen erzittern. Ich will über sie drüber rollen. Wie nochmal was. Als ob es nichts leichteres gäbe. Ich sag's euch. Das ist der Anspruch. Und nichts geringeres. So, da kommen schon die ersten Arbeitslosen. Halt. Hier ist noch gar keine Aufstiegskammer. Äh, pfff. Verwaltungslimit. Ne. Ah, unser Primogen ist verstorben. Im Alter von 212. Also es tut mir leid, ne. Dass es jetzt hier gerade eben zwei Folgen sind, wo ich im Grunde einfach nur Hardcore aufrüste. Aber... Vielleicht ist es ja auch beeindruckend zu sehen, äh, quasi wie man, wie man da quasi umschalten kann. Und plötzlich hier so richtig Truppen rausklotzen kann. So, wie ich das jetzt hier gerade eben demonstriere. Für alte Hasen unter euch ist es nichts Neues. Für Leute, die das noch nicht so lange spielen. Unter Umständen schon. Jetzt muss ich bloß darauf achten, dass ich auch noch hier Chemieanlagen baue, um das alles abzusichern. Und ich realisiere, dass ich das hier auch nochmal bauen muss. Und jetzt sind die Titane fast fertig. Ich kann schon mal den dritten Titan definieren. Wie viele Titane kann ich eigentlich haben? Drei. Das ist gut, weil... Das ist genau die Menge, die ich eigentlich auch haben will. Aber ich nehme jetzt den da, na, genau. Äh, weniger Feuerrate, Schiffe, Trefferpunkte, Schilde reduzieren, Rückzugschancen reduzieren, oder? Positionierung, tägliche Regeneration von Hülle und Rumpf. Das ist dann quasi der Hülle. Hülle Plus. Der wird jetzt hier in diese Flotte hier hinein definiert. Zitadelle des Glaubens. Ich weiß es nicht. Ne, ich mache erst mal andere Dinge. Die seltenen Dinge, die ich zwar gerade eben nicht wirklich brauche, aber ich mache es trotzdem. Herrscher erlangt Eigenschaft. Hier kann ich nochmal für 5000 verkaufen. Äh... Nochmal 500 verticken. 5000 verticken. 2500 kaufen. Flotte aufplustern. Der Moment, wo du dich dazu entscheidest, die halbe Galaxis zu verprügeln. Einfach nur, weil du sauer bist. Ah, ey, das da oben, ey. Dieser Borgor, ey. Das ist der Grund dafür. Das ist der Grund für das alles. Und ich bin übrigens auch sauer auf das Spiel, weil es mir das hier gerade eben antut. Äh, wir machen jetzt folgendes. Ich sage einfach mal, ich breche das Unterdrücken von diversesten Fraktionen jetzt ab. Lediglich das Fördern von der hier führe ich fort. Mehr mache ich gerade eben nicht. Ich brauche wieder Punkte. Was soll ich denn da machen, ey? Ich meine, ich könnte jetzt natürlich auch den Koloss bauen. Jetzt machen wir das da. Ich könnte natürlich auch den Koloss bauen. Das Problem ist, was ich glaube, ich brauche dafür halt einfach die Kolosswerft. Und die habe ich noch nicht. Tarnwerft. Weltraum. Flottenakademie. Besatzungsquartiere. Wo ist die Kolosswerft nochmal? Da. Ich glaube, ich baue das Ding jetzt hier wirklich um in eine Kolosswerft. Ich hätte gerne den Koloss. So, Titane haben noch mehr Rumpfstärke. Sau geil. Ähm. Weltraumtorpedos. Die Titane sind fertig. 70k Kampfkraft. So, jetzt seid ihr dran, ihr komischen Aliens. Ich sag's euch. So, die kolossale Werft wird umgebaut. Der zweite Titan ist gleich fertig. Guck mal, was wir hier gerade eben arbeiten. Ich finde, es ist ein Traum. Okay, der Scheiß muss sich alles ist noch überhaupt erst noch finanzieren, ne? Das ist keine Frage. Aber wer von denen jetzt noch auf die Idee kommt, sich mit mir anzulegen, der braucht schon eine Flotte, die es... Ah, da muss schon deutlich mehr kommen. Sehr viel mehr. Hm. Mach ich schon wieder 100 Minus hier. Dinge, die mich ein bisschen nerven. Sechs davon plus. Ah, wie die Preise purzeln, ey. Könnte es mal zu einer Ethikänderung bei mir kommen? Ich frag nur so, weil ich bin's langsam leid. Bin es langsam leid. So, Freunde. Da würde ich mal sagen, wir machen dann nächstes Mal weiter, ne? Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn wir bis dahin dann die Flotte haben, dann gibt's auch einen Krieg. Und der hat sich gewaschen. Mach's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und ade. Tschüss. Vielen Dank.